ja hallo ich grüße euch alle herzlich willkommen bei Garten und Natur ja wie gesagt die habe ich heute gemacht eine Feuerecke da kommt noch ein Schwenkrill hin und die schräge die will ich noch weg machen und das Pflaster alles schon gemacht da sieht man was von so hier ist die gute Erde da ist schon das Hochbett fertig wie gesagt hier habe ich Bohnen die wachsen bis 40 cm der Höhe ja und Möhren habe ich da drin und Dresse wie gesagt hier ist der Komposter auf Hochvolk ja hier ist das zweite Hochbett da wird am Monddach fertig alles ja hier sind also hier ist alles Bräuter die Kolraden sechs rein Kartoffeln ist noch nass genug ja hier sind Zwiebeln ja und hier ist mein nächstes Beet da weiß ich noch nicht genau was ich alles da rein mache werde ich mal gucken wie gesagt das geht voran hier wie gesagt ich will noch ein bisschen Feuer machen da noch drauf am Grill ja das sieht man hier nochmal schön die Grillecke wie gesagt an der Seite ist noch ein bisschen hoch sieht man ja aber da kloppe ich noch alles runter ja danke bis zum nächsten mal danke tschau 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 tschau